Leute, was geht ab? Das ist wieder ein neues Pokemon Go Video seit langem. Eigentlich sollte heute ein Clash Royale wieder online kommen, aber das war einer der letzten, was ich vorher hochladen wollte, aber ich jetzt erst hochladen habe, deswegen sollte heute eigentlich eins kommen. Aber mir ging es heute nicht so gut, deswegen laden wir jetzt schnell hier ein Pokemon Go Video hoch. Damit habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben, das ist auch ein bisschen anders, dieses Video. Das ist so, dass ich hier ein bisschen lustige Zähne verwendet habe und ich will mal gucken, wie es so bei euch ankommt. Wenn es gut bei euch ankommt, verwende ich es häufiger, wenn nicht, dann lasse ich es lieber sein, weil ich weiß ja noch nicht, was ihr so mögt, so von der Art von Videos. Und das Ding ist ja sowieso, ich bin ja noch unerfahren. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das mache. Ich nehme das Ganze noch auf dem Handy auf, weil es ist noch recht amateurhaft, aber so anfangen läuft es ja und viel Spaß. Oh! Und das Ding ist ja sowieso! Und das Ding ist ja sowieso! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020